DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Listen and repeat Boss Die Chefin Employee Der Angestellte Das Büro Die Kollegin Ich habe nette Kollegen. Die Arbeitszeit Überstunden machen Lunchbreak Die Mittagspause Finishing time Der Feierabend I'm finishing work now. Ich mache jetzt Feierabend. I'm taking time off. Ich nehme mir frei. I have to call in sick. Ich muss mich krank melden. I quit Ich kündige Die W.com Slash Deutsch-Trainer Die W.com Die W.com Die W.com